Dieser Ford Transit mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der weiße Transporter ist viertürig, bietet Platz für drei Personen und hat einen großen Stauraum. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Einparkhilfe, ESP, Servolenkung, Wegfahrsperre, Airbag und noch vieles mehr. Das Sechsgang Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 6,3 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 22.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Auf 100 Kilometern verbrisation." Bis zum nächsten Mal. Eins, den bills up. Bis zum nächsten Mal. SON-TIL. SON-TIL.